Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserem Gespräch mit Erwin Horack, dem Präsidenten der staatlichen Lotterieverwaltung in Bayern. Herr Horack, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Sie sind nicht mehr lange Präsident der staatlichen Lotterieverwaltung in Bayern, denn zum Mitte des Jahres gehen Sie in den Ruhestand. Können Sie uns mal erzählen, was war denn so Ihr schönstes Erlebnis, an das Sie sich aus Ihrer Amtszeit erinnern? Na, da gab es ganz viele in den über 18 Jahren. Schön war es eigentlich immer, wenn ich Gewinner getroffen habe und vor allen Dingen, wenn ich Gewinner getroffen habe, die gesagt haben oder wo ich den Eindruck hatte, die bleiben auf dem Boden. Ich hatte mal so ein Ehepaar mittleren Alters, die hatten eine Menge Geld gewonnen und auf meine Frage, na, was haben Sie denn vor, was wird es denn und so, hat er gesagt, naja, ein paar Autos werden schon werden, wie man es heute so sagt. Da hat sie einfach die Hand auf sein Knie gelegt und hat gesagt, das sehen wir dann schon. Da war mir eine Bange um die beiden, die habe ich natürlich wirklich mit einem guten Gewissen wieder entlassen. 2015 sind 17 Spielteilnehmer neue Lottomillionäre in Bayern geworden. Haben Sie dann auch weiterhin Kontakt? Also Sie begrüßen die wahrscheinlich bei der Gewinnübergabe, aber bekommen Sie dann auch nochmal einen Brief oder irgendwas? Sind Sie da noch weiter in Kontakt mit den Gewinnern? Also bei uns ist das höchste Gut, ist die Anonymität des Spielteilnehmers. Wenn die Gewinner persönlich zu uns ins Haus kommen und ich habe Zeit, dann begrüße ich sie auch und dann reden wir auch drüber. Aber ansonsten haben wir dann keinen Kontakt mehr. Ich weiß von drei Männern, das ist allerdings noch zu D-Mark-Zeiten, da waren die am Montag in der Früh um 10 mit einem Anwalt bei uns im Gebäude. Wir sind es, waren glaube ich 19 Millionen Mark damals. Und im Gespräch ist rausgekommen, sie betreiben gemeinsam eine Pizzeria. Ja, und wenn ich an dieser Pizzeria vorbeifahre, denke ich natürlich immer an die drei. Und ich weiß, erstens mal die Pizzeria gibt es noch und zweitens einmal, die drei arbeiten immer noch drin. Sie haben ihr Geld halt anders investiert. Jetzt haben wir über die schönen Seiten gesprochen. Gab es denn auch Herausforderungen, die vielleicht jetzt auch auf Ihre Nachfolgerin zukommen? Die Frau Friederike Sturm, die wird seit Januar eingelernt. Muss sie sich auf irgendwas gefasst machen? Ganz besonders spannend ist eigentlich jede Einführung eines neuen Produkts. Ich weiß, an meinem zweiten Dienstag überhaupt musste ich die Pressekonferenz halten zur Einführung des Bayern-Loses. Das ist also wirklich eines unserer beliebtesten Produkte in Bayern. Und das war eine Herausforderung. Oder dann 1999 kam die Einführung von OZET. Das haben wir eigentlich in Mitteleuropa als Erste gemacht. Eine Wette mit festen Quoten. Das heißt mit einem Risiko. Nicht so wie bei Lotterien, wo die Lotto-Gesellschaft halt sagt, naja, 50 Prozent schütten wir aus. Und über den Rest schauen wir mal. Das war immer sehr spannend. Aber es kam natürlich dann auch noch dazu, die Rahmenbedingungen, die es bei uns im Geschäft mittlerweile gibt. Es gibt ja sehr, sehr viele illegale Angebote. Es gibt zurückhaltende Vollstreckung. Und ich war eine Zeit, war ich Rechtsausschussvorsitzender bei uns. Und dann war ich auch Federführer, das heißt nichts anderes wie Sprecher. Und in der Zeit ist der jetzige Glücksspielstaatsvertrag verhandelt worden. War ich immer dabei. Versucht, Einfluss zu nehmen. Das war wirklich, das sind Herausforderungen. Ich hoffe, dass es hält die nächsten Jahre. Okay. 2016 wird es auch viele Neuerungen geben. Zum Beispiel soll ein Nachbarschaftslos eingeführt werden. Wie funktioniert das dann? Jetzt muss ich ein bisschen die Erwartungen dämpfen. Wir arbeiten daran. Ob wir es 2016 noch schaffen, weiß ich nicht. Vielleicht erst 2017. Aber dieses Nachbarschaftslos, das Marktuntersuchungen zeigen uns, dass die Menschen dieses Wir-Gefühl wollen, auch bei Lotterien, auch beim Spiel wollen. Das wird technisch so laufen, dass sie teilnehmen, und zwar auch mit ihrer Adresse. Es wird jede Woche einen Hauptgewinn von 100.000 geben. Und es wird jede Woche dann noch 1.000 zusätzliche Gewinne, kleinere Gewinne geben, und zwar für die Spielteilnehmer, die möglichst nah am Hauptgewinner wohnen. Jeder muss ja seine Adresse abgeben. Das wird sicher spannend. Und es wird auch dieses Wir-Gefühl deshalb steigern, weil man natürlich, wenn der Gewinner feststeht, kann man auch sagen, diese Woche war Landshut dran, nächste Woche Memmingen. Das, glaube ich, so sagt uns die Marktuntersuchung, die Marktforschung, das wird was. Aber wir werden in 2016 jetzt auch was machen, und zwar wirklich schon in einigen Tagen, nämlich noch im März. Wir werden unsere Sofortlotterien, also die Lotterien, wo sie mit einem Aufreisen sofort wissen, ob sie gewonnen haben, die werden wir relaunchen. Wir werden die Gewinne erhöhen, und wir werden ein neues Produkt einführen, ein 5-Euro-Aufreis-Los, das Bayern-Blück. Also das Bayern-Los bekommt eine Schwester, eine große Schwester, das Bayern-Blück. Schön. Sie haben jetzt auch von Marktforschungen gesprochen. Ist denn Lotto noch im Trend, oder ist das eher was für ältere Leute? Also Lotto ist der Klassiker, und wenn es Lotto noch nicht gäbe, müsste man es erfinden. Es ist unser größtes Produkt überhaupt. Aber man darf sich da nicht auf den Lorbeeren ausruhen. Man muss ständig daran arbeiten. Das haben wir auch getan. Wir haben die Möglichkeit des Checkpots erhöht. Wir haben früher Mittwochs- und Samstags-Lotto zusammengelegt. Aber wir machen auch ständig Marktforschungen, um zu schauen, was wollen die Menschen, was können wir weiter verbessern. Spielen Sie selbst auch Lotto, oder dürfen Sie das nicht? Ich darf Lotto spielen, ja, weil die Ziehung ist ja zentral in Saarbrücken. Und ich spiele auch Lotto, und zwar nicht erst, seitdem ich bei Lotto bin. Und ich spiele immer die gleichen Zahlen. Wenn Sie mich fragen, was man nicht tun sollte, würde ich vielleicht sagen, nicht die gleichen Zahlen. Aber gut, ich spiele es. Ich habe es auch auf meiner Kundenkarte gespeichert, sodass es ganz bequem ist. Einfach Kundenkarte, die wird eingesteckt und dann ist mein Gewinn natürlich fast schon vorprogrammiert. Aber auf jeden Fall meine Teilnahme ist sicher. Über die Lotteriesteuer- und Gewinnabführung kommt ja dem Freistaat auch Geld zugute. Was wird denn damit getan? Also das sind in der Tat jedes Jahr etwas über 400 Millionen, die wir an Steuer- und Gewinnabführung abführen. Das Geld geht in den Staatshaushalt. Es gibt einen Vorschlag der Staatsregierung, wie es verwendet wird. Und letztlich entscheidet der Souverän, also der Landtag, wie es verwendet wird. Damit können viele Dinge gemacht werden, weil wenn Sie sich überlegen, 400 Millionen haben oder nicht haben. Viele Dinge, die sonst nicht möglich wären im sozialen Bereich, im kirchlichen Bereich, Musikbereich, Schulen. Viel wird auch im Sport getan. Wir sagen immer, rund 50 Millionen von den 400 Millionen gehen an den Sport und zwar an den Breitensport in Bayern. Also man kann auch sagen, wenn man Lotto spielt, dann tun wir für die Gesellschaft was Gutes. Das ist das Besondere daran. Und wir in Bayern, wir tun das übrigens als Lotto Bayern seit 70 Jahren. Wir können auch die nächsten Tage unser 70-jähriges Bestehen feiern. Und in den 70 Jahren sind immerhin rund 14 Milliarden Euro an den Freistaat gegangen. Und da kann man sich vorstellen, dass damit wirklich einiges getan werden konnte, was sonst nicht möglich wäre. Sind denn Feierlichkeiten geplant? Feierlichkeiten sind viele geplant. Es gibt eine Roadshow. Wir werden schauen, dass wir auch eine Staatsveranstaltung machen. Da sind wir gerade im Gespräch mit Staatsminister Söder, wie wir sie gestalten. Und es wird eine schöne Festschrift geben, die wir auch breit streuen werden. Das heißt, es passiert schon was. Und sicherlich, vielleicht machen wir auch noch eine Sonderauslosung, wo wir ein, zwei Autos, drei Autos vielleicht bayernweit auslosen. Sie sind ja auch umgezogen. Wer sich in München auskennt vom Karolinenplatz auf die Theresienhöhe. Haben Sie sich schon eingelebt? Gefällt es Ihnen dort? Wir haben uns eingelebt. Es sind jetzt knapp eineinhalb Jahre. Erst war natürlich das Jahrmann groß. Als wir gehört haben, dass wir raus müssen vom Karolinenplatz, ein sehr schöner Standort. Aber man muss sagen, man muss dann aus Niederlagen, und das war eine Niederlage, auch Siege machen. Wir haben auf der Theresienhöhe wirklich ein schönes Haus gefunden. Modern, funktional, im Umfeld viele Geschäfte für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich habe es geschafft, dass wir alle in einem Haus sind, dass wir also nicht auf München zersplittert sind. Und ich glaube, wir hatten auch Glück, dass wir in eine Zeit gefallen sind, wo wir uns gerade noch durchsetzen konnten, dass wir in München bleiben. Heute, in der Zeit der Behördenverlagerungen, da könnte es auch Memmingen sein oder Kaufbeuren, alles wunderschöne Standorte. Aber natürlich für die Mitarbeiter schwierig. Und wenn Sie dann dorthin ziehen müssen und die Mitarbeiter sagen, ich komme nicht mit, dann haben Sie ein Personalproblem. Und ein Personalproblem macht immer Probleme im Tagesablauf und im Geschäft. Die haben Sie ja bald nicht mehr. Vielleicht noch eine private Frage, was haben Sie denn vor Ihrem Ruhestand, irgendwas Besonderes geplant? Fit bleiben. Und zwar nicht nur geistig, sondern auch körperlich. Skifahren, Radl fahren, viel die Sonne genießen in Italien, das mache ich sehr gerne. Also mir wird es nicht langweilig. Dann wünsche ich Ihnen alles Gute, dass Sie fit bleiben und Ihren Ruhestand genießen können. Vielen Dank für das Gespräch und auf Wiedersehen. Vielen Dank, Ihnen auch alles Gute.